Willkommen zurück zu Clash of Clans. Hier sind wir in unserem wunderschönen kleinen Dörfchen. Wir haben 1.994 Juwelen und hier haben wir auch noch mal 20. Das heißt, heute holen wir uns die letzte Bauhütte, die fünfte. Es sind Kleinkriegsliegen. Ich war im ersten Kleinkrieg dabei, danach leider nicht mehr. Ich weiß nicht warum, unser Clan ist mega inaktiv, wir sind auf dem letzten Platz. Ja, schade eigentlich, aber ganz ehrlich, ich hätte auch nicht viel geholt. Der letzte Platz ist ein Rathaus Level 9er und ich habe gerade mal Rathaus Level 7 mit einem Level 1 Barbarenkönig, also das hätte auf jeden Fall nicht geklappt. Und wir haben natürlich hier noch eine Menge zu verbessern, zum Beispiel Armeelager, aber ich würde eigentlich gerne die Zauberfabrik verbessern, um den Wutzauber bekommen, damit wir 2x Blitz und 1 Wutzauber haben können. Außerdem habe ich jetzt Drachen noch mit drin. Ja, ich habe hier die Kasernen beide verbessert. Jetzt kann ich auch Drachen haben, deshalb habe ich hier auch den Erfolg bekommen. Und da die auch gleich fertig sind, werden wir dann noch damit angreifen. In der Zwischenzeit werden wir hier noch ein bisschen was verbessern. Soweit ich weiß, ist die Zauberfabrik, ja die ist schon fertig. Dann verbessern wir mal die Zauberfabrik, damit wir 1 Zauber mehr und auch Wutzauber haben können. Ist ziemlich nützlich, jetzt wo ich mit Drachen angreife. Mit Wut machen die halt richtig viel Schaden. So, ansonsten haben wir hier noch die Low Level Kanonen. Die bringen wir mal ein bisschen höher. Und hier wäre noch der Bogenschützenturm und die Luftabwehr. Also machen wir erstmal die Luftabwehr und den Bogenschützenturm machen wir dann gleich. Ja, wenn wir mal kurz hier rüber gehen. Der Zerschmetterer ist im Ausbau. Aber wir können ja trotzdem mal versuchen anzugreifen. 30% gerade mal. Das ist nicht so viel. Ich glaube, unser Gegner wird auf jeden Fall mehr holen. 750.000 Gold. Ja, nehmen wir mal mit. Und natürlich haben wir direkt verloren. So Leute, da bin ich wieder. Ich habe mir mal gerade einen Gegner rausgesucht. Der ist ziemlich Low Level, würde ich mal sagen. Ich habe mir mal mit. Oh. Okay. Wir brauchen den anderen Drachen gar nicht, also habe ich was gespart. Wir brauchen den anderen Drachen. Der Drachen macht hier noch alles fertig und hier macht der König noch alles fertig. Geschafft. Jetzt haben wir auch nochmal hier 20 Punkte geholt. Ich glaube nicht, dass ich das schaffen werde. Aber jetzt kann ich natürlich keine Zauber mehr machen fürs Erste. Aber ich glaube, das schaffe ich auch ohne. So, dann sammeln wir mal hier die 20 Juwelen ein. 2014 Juwelen. Wo machen wir das hin? Vielleicht einfach hier. Und das dann. So. Da haben wir jetzt auch unsere fünfte Bauhütte endlich. Und ich hatte vor, das hier zu verbessern, aber lohnt sich nicht wirklich. Ich habe schließlich 2 Millionen Luftfeger. Rathaus. Ah, der Luftfeger lohnt sich nicht wirklich. Der steht hier so weit außen. Kann ich die Lager verbessern? Oh ja, ich kann die Lager noch verbessern. Hm. Etwas, was möglichst teuer ist. Luftabwehr. Verborgene Tesla. Magierturm ist auch ziemlich teuer. Ja, machen wir mal einen Magierturm. Hier haben wir noch Punkte, oder? Ja, haben wir. Okay. Ja, machen wir trotzdem, obwohl es sich nicht ganz lohnt. Einfach damit alles ein bisschen schneller läuft. Das hier und das sind bald fertig. Ja, machen wir vielleicht auch viele hochentende. Das sind... Ja. Ja, das geht. Ja, Of. Ja. 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 Na komm schon, schade, wieder nur 45%, wow, das steigen mittlerweile so stark ab. Die brauchen hier noch 8 Minuten, das ist ziemlich lang, greifen wir hier nochmal einfach an. Ich versuch's mal nur mit Barbaren. Ich versuch's mal nur mit Barbaren. Jetzt hätten wir sogar 50 Sterne, äh, 50% bekommen können. Oh, und haben trotzdem gewonnen. Wie haben wir gewonnen? Aha. Mhm. Okay. Ich erkenne etwas. Es, es hätte im Grunde alles gut laufen können. Ihnen sind einfach nur die Truppen drauf gegangen. Fertig. Hier können wir leider noch nichts verbessern. Äh, machen wir noch mal einen Angriff. Ich versuch's. Ich versuch's. Ich versuch's das mitmein. Ich versuch's. Ach komm schon. Ach komm schon. Nein, ernsthaft, die meiste Leute hatte nur ein klitzekleines Fitzelchen an Leben noch. Ja okay, ich hätte so oder so verloren, ich hätte so oder so verloren, nur mit Baban angegriffen. Das ist gleich fertig, dann sollte ich mal schnell gucken, was ich noch verbessern kann. Minenwerfer und Bogenschützenturm. 4-4-1 da. So, dann warte ich jetzt hier noch auf die Drachen und dann machen wir noch einen Angriff gegen die Kobolde. So, die Drachen sind jetzt fertig, jetzt greifen wir nochmal die Kobolde an. Okay. 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 Click. Okay. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und perfekt! Der Minenwerfer ist auch schon fertig, verbessern wir den einfach nochmal. Spenden wir mal hier ein paar Truppen Wir müssen ja hier noch das hier fertig bekommen, ich glaube nicht, dass wir es schaffen werden. So, dann hier nochmal zwei Ballons. Ich würde sagen, einen letzten Angriff machen wir hier noch. So, mhm. Ja, versuchen wir mal nur ein paar Ballons. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier habe ich natürlich jetzt zu Winchtruppen gesetzt. Ach man, ich hätte die nicht setzen sollen. Ja, die schaffen das nicht mehr. Oh, und trotzdem noch gewonnen. 44%. Damit können wir die Kanonen verbessern. Und den Babydrachen. Das mache ich aber nicht. Ich kann auch die Kanonen nicht verbessern, wegen dem Zerschmettrer. Deshalb, ja, erstmal nichts. Gut Leute, das war es mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.